Ja, fröhliche Weihnachten. Seit wann sind Sie denn nun schon unterwegs? Seit 15.30 Uhr heute Nachmittag. Ja, dann mussten wir natürlich den Weihnachtsmann vorher kommen lassen. Der ist ja nicht an die Zeit gebunden. Denn bis 23.10 Uhr können ja die Kinder nicht warten. Ja, voriges Jahr hatten wir genau selbe Pech gehabt, nicht wahr? Mussten wir auch arbeiten. Aber dafür haben wir dieses Jahr Silvester frei. Ja, mit Feiern ist auch wieder nichts. Denn Neujahr heißt es wieder fahren. Alles Gute, gute Fahrt. Danke. Jetzt genauso wie meinen Kollegen. Beschämung habe ich schon gemacht. Und wir müssen die Fahrt jetzt alle nach Hause bringen. Das geht ja nun anders. Wie ist denn bei Ihnen Silvester? Silvester habe ich frei. Gott sei Dank. Kann ich nicht ernaschen. Und den ersten Feiertag hast du? Ersten Feiertag? Nee. Ich meine jetzt Silvester, also Neujahrstag? Neujahrstag habe ich auch frei. Das ist wunderbar. Und warum soll es mir besser gehen Weihnachten? Wir sind 2000 Mann im Oberflächenbetrieb. Also muss ich auch arbeiten. Das geht nun nicht anders. Sie sorgen dafür, dass wir alle gut nach Hause kommen? Ja, das ist die Hauptsache. Wir müssen die Fahrt jetzt gut nach Hause bringen.